Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute habe ich die zwei Pakete bekommen, wie man hier sieht. Ich werde sie jetzt gleich rauspacken. Ich habe mich so auf diese Merch gefreut. Hier wird es Paket Nummer 1. Das wird diesmal dein Holi sein. So sieht das Teil aus. Von Julien beim Shop, da ich ein sehr großer Fan von ihm bin. Der schaut so mega geil aus dieser Koli. Jetzt kommen wir zu Paket Nummer 2. Hier etwas. Hier. Hier die Kette von Julien beim Shop. Schaut so mega geil aus. Hier werdet ihr dann auf den Fotos genauer sehen, die ich noch poste. Oder zum Video dazu gebe. Kommen wir zu den Kandamas, die dabei waren. Hier sind drei Kandamas. Ein Kandamas für meine Zwillingsschwester Bernadette werde ich heute noch geben. Sie wird sich sicher mega drüber freuen. Ist auch ein Julien beim Fan wie ich. Ich zeige mal ein Kandamas. Wie es aussieht. So sieht so ein Kandamas aus von Julien beim. Mit seinem Logo. Das Logo schaut mega geil aus. Ich habe schon mit meinem Kandamas gespielt. Das macht mega süchtig. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefahren hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Da lasse ich den Feedback. Mein letztes Video findet in der Beschreibung. Wir sehen uns nächste Woche. Woche geht ihr heist into今回kend. проход. Dee